Da sind wir wieder in der zweiten Folge des zweiten Tages und ich habe auch tatsächlich nicht auf die Packung geguckt, sondern hoffe einfach weiterhin, dass dieser Weg nach Hanimura führen wird. Da ist ein Haus auf jeden Fall. Hier ist das bebrannte Haus. Das ist da unten eine Truhe. Egal, das ist jetzt hier oben. Also hier war ich, glaube ich, zumindest noch nicht. Da sind Scavenger. Das heißt, mit Sicherheit, dass ich da noch nicht war. Also das heißt, dass ich mit Sicherheit noch nicht dort war. So. Zauberwurzel nehme ich auf. Und kann mich jetzt noch nicht in die Scavenger hier arglos an mir vorbeilaufen. Hallo. Ach, ist das schön. Wie durch Gras laufen. Hallo, Scavenger. Äh, Moment. Nimm alles. Nimm alles. Und nimm alles. Oh, so weiter. Ei. Lecker. Kann ich mir ein leckeres Ombelett machen. Und Goblins. Kleine, freche Goblins. Hallo. Schrat. Ah. Oh. Alter. Ihr seid keine Goblins. Ihr seid große Schrate. Ihr seid eklige Schrate. Ihh. Schrate. Die mit einem Schlag mal eben die Hälfte des Lebens abgezogen haben, oder was? Meine Güte. Die hatte ich ja völlig vergessen. Äh, läuft noch hierher. Und zwar gar nicht langsam. Meine Güte. Und die halten ja überhaupt gar nicht viel aus. Nicht wahr? Was mache ich denn mit den Schraten? Warte mal, du bist mal ein Einzelner. Vielleicht kannst du es ja schaffen, dich so zu besiegen. Oh, du hältst ja abartig viel aus. Da. Fechten, 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 Fechten. 250 Erfahrung. Nur für den einen. Wahnsinn. Stachelkeule. Was hast du dabei? Nichts hast du dabei. Du hast nicht mehr was dabei. Du hässliches grünes Vieh. Ähm. Ich brauche unbedingt was zu essen. Und zwar das da. Also die sind ja richtig eklig. Die müssen versuchen zu umgehen. Irgendwie. Weil ich mache es doch bei weitem nicht genug Schaden bei denen. Und ich muss unbedingt endlich mal meine ganzen Fähigkeitenpunkte irgendwie in Stärke oder sowas investieren. Und auch in Jagdgeschick. Um bessere Bögen und so weiter zu bekommen. Ich habe 40 Lernpunkte. Nächste Stufe ist auch schon wieder in 5000 ungefähr. Oder 4000 irgendwas. Ein bisschen mehr. Ähm. Das. Wäre wohl nicht schlecht, wenn ich mal sagen wir mal so, was ich. 20 Punkte in Jagdgeschick und nochmal 10 stark investieren würde. Aber das ist nicht so ein Verlust, glaube ich. Da unten ist ein. Warte mal. Hm. Da unten ist eine Art Bison. Oder wie auch immer du heißen magst. Wer heißt du? Nasson. Ja. Bison. Komm ich. Ich wollte Nasson sagen. Entschuldigung. Natürlich ist kein Bison. Hm. Und die sind mir, glaube ich, eher nicht so freundlich gesonnen. Aber ich will kurz noch mal gucken. Und zwar. Ähm. Tiere rufen. Nein. Tiere zähmeln. Hätte ich sieben Stück. Das anwesende Ziel gelangt, unter die Kontrolle des Heldens mit ihm folgendem Kampf beistehen, wenn es kann. Ich weiß nicht genau, wie stark so ein Bison ist. Aber ich fände es ganz lustig, wenn man kurz mal so ein Bison folgen würde. Einfach mal so als Spaß. Vielleicht kann das mir ja gegen die Schrate irgendwie weiterhelfen oder so. Äh. Neuer Spielstand. Aber erstmal muss ich mir wahrscheinlich gegen die anderen, das andere Bison helfen. Weil wenn ich das eine Bison gezähnt habe, wird das andere wahrscheinlich dann auf das erste wiederum losgehen. So, ähm. Wir haben hier... Moment, war das? Sieben Stück kann ich davon tierzähmen. So. Die sieben. Das ist perfekt. Hallo. Liebes... Upsala. Liebes Nashoron. Nashoron unter Kontrolle. Wie cool. Kommst du mit? Natürlich kommst du mit. Bist in meiner Kontrolle. Hopp. Und ich glaube, du wirst dich angegriffen, oder? Nashoron? Da bist du! Na? Du cooles Vieh. Komm, wir bringen deinen Kollegen um. Ah. So. Jetzt hilft dir, mit deinen eigenen Kollegen umzubringen. Wie geil ist das denn? Und wir haben ja noch eine Sumpffliege. Eine wilde Blutfliege, Entschuldigung. Die er noch gleich umbringen kann. Das wäre witzig. So. Nehme ich mit. Hast du irgendwie Leben verloren? Hast du nicht. Schön. Nashorn. Du hast natürlich ein Nashorn. Für 200 Gold. Und zweimal rohes Fleisch. Das ist auch berechtigt, weil die sind ja ganz schön fett, die Viecher. Also zumindest recht muskulös. Ich hätte mir überlegt, ob ich ursprünglich ein kräftigeres Tier nehme. So was für den Schattenläufer oder sowas. Um es vielleicht mal zu zähmen. Aber das Nashorn ist natürlich ein bisschen außergewöhnlich, weil das sieht man nicht so oft. Hallo, wilde Blutfliege. Peak. Warte mal. Das muss ich ein bisschen aufpassen gerade. Ich hoffe, meine Nase wird nicht vergiftet. Fände ich nicht ganz so geil. Bist du vergiftet? Du siehst nicht vergiftet aus? Habe ich meinen Pfeil wiederfinden? Ach, das war ja echt, das ist utopisch, mein Pfeil wiederzufinden. Oh, mein Pfeil. Schön. Ja, dann... Was gibt es denn hier drüben? Hier ist so ein Häuschen, habe ich gesehen. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, eine Schlange und ein Eisenhalm. Hättest du schon irgendwas? Nein. Du hast komisch geschnauft gerade. Hättest du noch eine Truhe? Ah, eine Truhe. Natürlich, habe ich von oben schon mal gesehen. Wir haben hier zweimal Trank gegen Krankheiten. Cool. Und ein schwarzer Roba. Eine weitere Waldbeere. Und ein Sonnenkraut. Warte mal. Du bist irgendwie nicht mein Freund. Ein Schattenläufer? Natürlich. Das war nicht so geil. Da kann ich meine Nase noch gleich bezahlt machen. Und ein zweiter Schattenläufer. Aber natürlich ist das ein zweiter Schattenläufer. Völlig klar. Was sonst? Was sonst? Gut. Das heißt, ich muss... Wenn wir ganz kurz sehen, wer hier eigentlich gewinnt. Noch einen Schattenläufer. Achso, genau. Natürlich. Das Nase wird unweigerlich verlieren, weil es kämpft gegen zwei gleichzeitig. Und es kann den Schattenläufer sich nicht viel beibringen. Also nicht viel Schaden beibringen. Ich könnte natürlich auch so einen Schattenläufer zähmen. Aber der ist in der Mitte von zwei anderen Schattenläufern. Das heißt, der wird sofort zerrissen werden, weil ich es nicht ganz so geil fände. Ich kann den mal kurz mal laden nebenbei. Das Nase noch zu zähmen ist schon mal gar nicht schlecht. Aber eigentlich würde ich ganz gerne irgendwas haben, was kleiner ist, offen gestanden. Weil so ein riesen Vieh, was mir hinterher trammelt, ist zwar ganz lustig. Aber vielleicht eher irgendwas in der Größe eines... Ja, lass es doch ein Wildschwein sein. Oder irgendein Wolf oder irgendwas in der Richtung. Oder ein Wark. Oder irgendwas. Ein Sehwildsantiger hätte ich sehr gerne gehabt, wenn ich nicht gleich einen Sehwildsantiger alle getötet hätte. Und die nächsten Sehwildsantiger sind ja erst in Nordmar wieder zu finden, leider. So dass ich schon mal keinen Sehwildsantiger zähmen kann. Warum ich gerade auf diesem Thema so rumreite, ist... Ich hatte gerade mit mir da eine kleine Unterhaltung in den Kommentaren. Und da wurde mir ein lustiger Tipp gegeben, also indirekter Tipp gegeben, dass ich mir einen tierischen Begleiter suchen könnte. Weil mit Tierzähmen ist es ungefähr so, als ob... Ach, ich habe es hier gespeiert, wirklich schön. Ist es ungefähr so, als ob ich einen weiteren Kleider die ganze Zeit hätte. Und zwar keinen Begleiter wie irgendwelche Menschen. Also doch schon wie Menschen, aber vielleicht etwas intelligenter. Die reden wenigstens nicht. Und sind einfach nur cool. Warte, man kann ja nicht vorbeigehen eigentlich. Ich kann aber, da hinten ist noch eine Truhe. Ich will diese Truhe haben. Du greifst mich auch schon an. Dann greife ich noch jemanden an. Wenn es ihr zweit seid, ist es okay, ehrlich gesagt. Warte mal, kann ich mal kurz... Ja, Einstich. Schlag mal. Ich muss mal in die andere Richtung. Weg, 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 ich muss weg. Oh, das war gut. Fechten. Oh, das war sehr, sehr schön. Ihr seid praktisch wie Menschen von der Stärke her. Eine Stachelkeule und... Ach so, da ist nichts dabei. Aber du hast einen weiteren Schrat da hinten zurückgelassen. Ja, so kein bisschen aufmerksam ist. Vielleicht kann ich auch wieder stechen. Und zwar jetzt. Mist, doch getroffen. Gott sei Dank. Mach mal einen Schlag. Ja, mach mal einen größeren Schlag. Mach mal einen größeren Schlag. Das ist kein größerer Schlag. Das ist auch kein größerer Schlag. Ach komm, mach ich halt einen Schlag. Und wegfechten, wegfechten, mein Freund. Die Taktik ist zwar ziemlich billig, aber sie funktioniert. Wunderbar. Habe ich diese relativ gefährlichen Kreaturen doch noch besiegen können? Ist ja noch ein Schrat. Nur für den Fall das. Kurz mal einen Bogen gezückt. Eine wilde Blutfliege ist etwa genauso gefährlich. Äh, wo grasst du? Dort. Das heißt, grasen ist gut. Ich würde nur Fleisch fressen. So. Jetzt noch einen Schlag. Und das war's mit dir, du kleine Fliege. So. Die Truhe. Da ist noch eine Truhe. Hier sind überall Truhen. Wie geil. Erstmal die, die aussieht wie eine metallische Truhe. Wir haben ein Schwert. Okay. Einmal Heilung. Das ist okay. Ein, äh, viermal Wasser. Ein Bisonfell. Und ein weiteres Stückchen Rohstahl. Toll. Hey, so viel Rohstahl sammeln. Das ist ja unglaublich. Nicht hinten irgendwas rum? Nein. Äh. Ne, wirklich nicht. Aber davor war noch eine Truhe, die so ganz im Dunkeln verborgen ist. Wir finden hier einmal Milch, einen Trank gegen Krankheiten und ein weiteres Stückchen Rohstahl. Wie schön. Äh, wo will ich eigentlich hin? Ach ja, ich will in diese Richtung. Kurz auf die Karte gucken. Das könnte sogar ungefähr hinhauen. Hier irgendwie so eine Grunze wieder. Und da hinten ist eine Steinwand. Aber was für ein schöner Berg. Das ist auch allgemein. Ach nee, hier. Ripper wieder scheinbar. Das ist allgemein schöner, äh, Screenshot, sag ich mal. Äh, okay. Oh, ich muss dich nicht unbedingt angreifen. Ähm, da ist doch. Was ist das denn? Ein Troll. Ne, den, äh, den, lassen wir es mal so sein, wie er ist. Nicht wahr? Ich will noch nicht total bekloppt sein. Vielleicht mal Trolle angreifen. Die ja sozusagen immer noch zu den stärksten Kreaturen überhaupt in Gothic-Universum mehr oder weniger gehören. Das heißt, ich umgehe euch. Haha, ich umgehe euch überhaupt nicht. Wie soll ich euch denn umgehen? Ich bin total im Weg. Kann ich Trolle töten schon? Also, ne, kann ich wahrscheinlich nicht, weil erst mal sei es jetzt zu zweit. Was die Sache schon mal ziemlich erschweren durfte. Ich glaube, ich gehe da oben mal lang. Ja, ich gehe da oben lang. Also, ich muss erst wieder runter kurz. Wahrscheinlich muss ich doch die Ripper töten, damit ich, äh, die Trolle nicht angreifen muss. So rum wird das sein. Waldbeere noch mitgenommen und... Das war's. Ich dachte, die wäre noch was, da hätte es noch einen Eisenhalm und bla bla bla, aber das ist mir jetzt mal egal. Ja, vermutlich. Ich muss da wahrscheinlich hoch. Das kann ich ganz kurz speichern. Vielleicht kann ich die Ripper ja besiegen. Wenn es wirklich nur zwei sind, wie ich es gerade richtig gesehen habe, dann ist es ja okay. Muss ich einschläge genug ausschalten, damit ich den zweiten sozusagen attackieren kann. Ich könnte mir auch einen Ripper nehmen, sozusagen, als Spielgefährten, aber... Ganz ehrlich, die sind mir zu doof. Dreiseite, ja, verdammter Mist. Vielleicht hat dem Tod des Ersten meine Beine schnell in die Hand nehmen müssen. Weg, weg, weg! Lauf doch! Steht da da doof rum, ey. Oh mein Gott, die Ausdauer geht runter. Warum? Weil ich vergiftet... Ach, ja doch, weil ich vergiftet wurde. Weil ich infiziert wurde. Ja, also ich finde das Interesse an mir. Sehr schön. Äh... Hier. Was zu essen. Und noch was zu essen. Und noch was zu essen. So. Jetzt langsam vorwärts gehen. Schnauer geht's eh nicht. Der eine Ripper habe ich offensichtlich einmal getroffen. Und die anderen auch. Okay. Interessant. Ja. Ist eigentlich total dumm, was ich gerade tue. Machen wir es also trotzdem weiter. Ja. So. Zack und zack und zack. Puh. Denn erst jetzt werde ich natürlich einen Heiltrank nehmen. Der mich von einer Krankheit kuriert. Und zwar diesen hier. Schluck. Oh. Geheilt. Sehr schön. Den ganzen Kram nehme ich gerne mit. Den ganzen Kram nehme ich gerne mit. Und auch den Kram von euch da oben nehme ich gerne mit. Oder von dir da oben. Von der königlichen Majestät des Rippers. Warte mal. Feuer Nesseln nehme ich natürlich auch gerne mit. Und davon gab es auch in Gothic 2 und so in Gothic 1 viel mehr. Viel mehr Feuer Nesseln. Ja komm. Gib mir dein Kram. Dankeschön. Skelette. Gibt es noch Waffen? Ja. Es gibt Messer und rostige Schwerter. Schön. Total super. Kann ich beim nächsten Mal wieder 20 rostige Schwerter verkaufen an irgendjemanden, der es nicht haben will. Sonnenkraut. So. Hier waren irgendwelche Trolle. Die ich nicht unbedingt angehen muss. Da oben sind wieder Snapper. Das ist okay. Hier ist schon einer. Hallo. Na komm. Kommt gleich ein weiterer noch angerannt. Von dort nicht. Von dort nicht. Ja dann esse ich noch ein bisschen was. Ich habe nur noch 5 gebratenes Fleisch. Das ist ja skandalös. Und bevor du hier einen Koller kriegst, werde ich dich kurz mal looten. Und den zweiten Snapper angerannt. Ist das irgendein Tor? Das ist ja interessant. Noch einer. Oben, unten, links, rechts. Nö. Musik hört auch auf. Ich glaube, ich habe den Muraschawila verfehlt. Obwohl, ne. Da ist ein Tor. Und ich bin in Richtung Süden unterwegs. Könnte also doch durchaus richtig sein. Hier sind noch irgendwelche Pflanzen beim Troll. Das heißt, ich werde den Troll immer noch nicht angehen. Das ist gar kein. Drei Stück auf einmal. Da speichere ich lieber nochmal ab. Das ist gar kein Tor gewesen. Das ist einfach nur ein Zelt gewesen. Das von vorne aus sah wie ein Tor. Ja. Von mir aus kann ich das jetzt speichern. Da habe ich kein Problem mit. Ja. So in etwa. Genau. Ich könnte euch natürlich auch immer umgehen. Aber das will ich nicht. Weil ich will in das Zelt reingucken. Mal nach Pflänzchen. Wenn ich einfach euch schnell töten kann. Beispiel dich. Jetzt geht euch. Ja. 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 Und ging dich nochmal. Sehr schön. Der Vorteil ist ja mittlerweile, dass man hier auch mehrere Leute auf einen Streich treffen kann. Das kommt mir gerade bei solchen kleinen Gruppen, die hier auf einmal auf mich zugerannt kommen. Sehr zugute. Haben wir hier ein Bett oder sowas? Das wäre natürlich ganz witzig. Die Waren aus der Wüste. Okay. Ja. Geht wahrscheinlich zu irgendein Quest. Oh. Ja. Jetzt wäre gelacht, wenn du mich jetzt töten würdest. Ja. Okay. Wie viel habe ich? Zwei Lebenspunkte oder sowas? Äh. Ba, 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 ba. Lebensenergie 1. Ich würde mal sagen, ich versuche mich mal kurz zu regenerieren. So ein bisschen hier. Das nehme ich mit. Und Eintopf. Warte mal. Das ist ja richtig geil. Abgebratenes Fleisch. Die neuen. Lecker, lecker, lecker. Und auch dich nehme ich mit. Ich habe gerade gebratenes Fleisch nicht rausgebracht, sondern irgendwas anderes. So eine Grütze. Gebratenes Fleisch werde ich wahrscheinlich bis zum Schluss des Spiels drin haben. Tuh. Was haben wir denn hier noch? Wir haben ein weiteres Mal Rohstahl. Einen schwarzen Rova. Einmal Ausdauertrank, einmal Milch und drei Feuerpfeile. Und eine große Truhe. Nein, eine normale Truhe. Aber trotzdem eine eckige Truhe. Die ist noch ein bisschen besser. Ein Holzverlags, eine Schaufel, eine Eislanze. Einmal Krankheit heilen, einmal Vergiftung heilen und einen Heiltrank. Das ist doch ganz okay. Das ist gerne genommen alles. Und ich glaube, wir sind schon relativ nahe dran an dem Mora. Und die Landschaft gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Aber doch persönlich. Warte mal. Was ist denn nicht persönlich? Sie gefällt mir einfach gut. Fertig. Sie gefällt mir. Ende. So. Hier geht es offensichtlich schon Richtung Wüste. Denn es wird langsam etwas sandiger. Offensichtlich. Aber ich will noch... Ja. Ja, ich habe mir in den Mora verpasst. Wo zum Henker ist in den Mora? Wisst ihr was? Ganz ehrlich. Bevor ich hier den ganzen Tag hier rumlaufe in den Mora suche. Die Mora ist da. Okay. So, so. Südwestlich von Trilis sozusagen. Also ich muss diesen Berg da erklimmen. Also ich muss ihn eigentlich nicht erklimmen, aber ich will ihn erklimmen. Komm mal hoch. Bisschen Bunny Hopping hier. Hopp. Hopp. Und es wird direkt belobt in einer schönen Truhe. Schön. Ist hier unten irgendwas? Irgendwas gefährliches? Nö. Ungewöhnlich. Hallo. Spiel. Dankeschön. Truhe in Rot. Gut. Ähm. Eine Eislanze, wie ich schon sehe. Einmal vergessen. Einmal Licht. Total super. Ein Schnaps. Und ein weiteres Rohstellchen. Was ja offensichtlich in jeder Truhe hier ist. Ebenso wie Schnaps, Wein, irgendwas. Also Schnaps, Beeren, Wein irgendwie. Schnaps an sich. Alkohol allgemein. In der Kolonie war es noch Mangelware. Hier ist es überall. Zauberwurzel. Ah ja. Und ich glaube, ich bin hier wirklich ganz richtig. Habe ich zwar, glaube ich, schon 20.000 Mal gesagt. Aber ich sage es jetzt gleich nochmal. Ich glaube, ich bin hier ganz richtig. Denn dieser Weg, den meine ich zu erkennen. Und ich kann mich, glaube ich, noch ganz dunkel daran erinnern, dass ich mal irgendwann beim ersten Mal Gothic 3 spiele. Oder beim einzigen Mal Gothic 3 spiele im Großen und Ganzen. Irgendjemand, den ich total gesucht habe. Ewigkeiten. Deswegen will ich nochmal kurz, einfach nur so für mich wissen, ob der hier war oder nicht. Nur so als Scherz. Habt ihr zwar noch keinen Bezug dazu, aber ich glaube, ich hatte den wegen irgendeines Auftrags gesucht. Aber hier ist auch keiner von daher. Okay. Ist auch egal. Aber wir sind auf jeden Fall in der Nähe von Nemora. Die Eidechse hält mich auf. Das ist ein Witz. Da sind irgendwelche Nashörner. Und zwar gar nicht mal wenige. Das heißt, ich werde erstmal umgehen. Hier ist noch eine Truhe. Okay. Und dahinten ist ein Hirsch. Warte mal, den werde ich gleich mal angucken. Aber das ist einfach wirklich eine Metalltruhe. Metalltruhen sind immer geil. Wir haben 8 Feuerpfeile, 25 normale Pfeile, schön, Ring der Magie, Blitzbeschwören und ein Scavenger Eye. Und ich freue mich total bei der Scavenger Eye. Der Rest ist natürlich völlig egal. Ohne rostige Streitachs. Keine rostige Schwert diesmal. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Kein scheuer Hirsch. Ist mir egal. Wir haben lange keinen Hirsch mehr gesehen. Finde ich gerade so auf, oder? Warte mal, wo ist Nemora? Hier könnte Nemora sein. Hier sind menschliche Bauten. Hier ist Nemora. Äh, sagt euch einfach mal so voraus. Und hier ist ein riesiges Skelett. Möglicherweise von einem Drachen. Und ganz ehrlich, das ist unglaublich dunkel hier. Also nicht nur für euch, sondern auch für mich. Wollt ihr mich schon angreifen, oder was? Übrigens, kannst du mal bitte dich auf richtigen Grundstellen. Wäre super. So, bevor ich nach Nemora gehe, werde ich natürlich kurz mal speichern. Denn ich will auch kurz die Rüstung wechseln. Ich will ganz kurz rausfinden, ob es einen Unterschied macht, ob ich die Rüstung habe oder nicht. Also ich werde einfach nur die Rüstung ausziehen. Und ich hoffe, dass wir mich nicht irgendwie als Rebellen, als Söldner erkennen. Und mich da einfach durchlassen. Denn wenn ich jetzt die Rüstung drin anhabe, dafür hat er dieser Community-Patch, glaube ich, gesorgt. Was ich ganz, ganz richtig übrigens auch finde. Äh, Lila-Kluft ist okay. Dann würden die mich direkt angreifen. Darauf habe ich absolut keinen Bock. Randele und Spurenleser. Pass auf, wo du hinläufst. Die Gegend da draußen ist gefährlich. Ich komme von der Gegend da draußen. Äh, was genau ist da draußen so gefährlich? Was genau ist da draußen so gefährlich? Der Norden von Nemora ist bevölkert von Urviechern, Kollege. Am schlimmsten sind diese großen, schnaubenden Exemplare. Komm ihnen nicht zu nahe. Sonst fressen sie dich mit Haut und Haaren. Ich bin zwar ein erfahrener Jäger, aber allein würde ich mir die Bieste auch nicht zutrauen. Hm, vielleicht kannst du mir irgendwas über das Jagen beibringen. Ich werde die Schnauben im Urviech nicht töten. Ich werde die Schnauben auch mal ganz lax. Na, da hast du dir ja einiges vorgenommen. Ja, vermutlich. Nimm diese Healträgern. Die Bieste sind zäh. Du wirst sie brauchen. Drei Heiltränke, das ist ja richtig geil, dankeschön. Bist du hier der Boss? Bist du hier der Boss? Wahrscheinlich nicht, dann schiebst du dir Wache. Ja, Fremder. Dafür kenne ich dich noch zu wenig. Ah, ja, gut. Stimmt, hier war das so, hier musste man irgendwie das Vertrauen der Leute gewinnen, damit einem überhaupt gesagt wird, wer der Boss ist. Das ist ganz witzig. Ich habe das Spiel irgendwie nie so richtig gewonnen dabei. Und ich plane es in diesem Let's Clare euch mal rauszufinden, auf normalem Wego. Ich darf ja nicht schleifen mich gerade so auf. Wer denn hier der Boss ist? Kennt ihr von euch eigentlich noch diese wunderbare alte Serie? Wer ist hier der Boss? Die ich damals total lustig fand und mittlerweile eigentlich total schlecht. Hier sind Truhen und Betten. Das ist ja ganz schön. Ist noch relativ hell, das ist okay. Russell. Klar, was soll ich tun? Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Dort, wo der Pass zur Wüste beginnt, hat sich kürzlich eine Karawane der Assassinen niedergelassen. Es heißt, die Wüstenhändler seien alle von Snapper für Tüttetold. Da bin ich noch vorbeigekommen. Wenn wir uns beeilen, können wir die Waren aus der Wüste noch bergen. Oh, das war ganz günstig. Ich werde die Waren aus der Wüste besorgen. Ich habe sie günstigerweise übrigens schon dabei. In Ordnung. Aber pass auf die Snapper auf. Das habe ich. Die sind sicherlich immer noch irgendwo dort in der Nähe. Die werden auch noch eine Weile dort bleiben oder verrotten wahrscheinlich. Hier sind übrigens die Waren aus der Wüste. Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind... Ruf in Nemora plus 15. Wow. Hier dein Anteil von unserem Gold. Geht gut los. Und 300 Gold und 1000 Erfahrungen. Geil. Äh, ihr braucht noch Leute. Ihr braucht noch Leute? Wir brauchen unbedingt noch einen starken Mann, der am unteren Eingang zu Nemora Wache hält. Wenn wir nicht aufpassen, überrennen uns die Orks am Ende doch noch. Wenn du jemanden triffst, von dem du glaubst, dass er der Richtige sein könnte, bring ihn hierher. Äh, okay. Ich nehme an, ich soll nicht derjenige sein. Bist du hier der Anführer? Bist du hier der Anführer? Wir geben die Identität unseres Anführers nicht jedem Preis, mein Freund. Wenn die Orks spitzkriegen, wen sie töten müssen, damit Nemora zusammenbricht, ist er tot. Verstehe. Cool. Ähm, sagst du mir jetzt, wer der Boss ist? Na ja, wahrscheinlich noch nicht. Bevor mein Ruf nicht gestiegen. Warte mal, wie viel Ruf brauche ich denn dafür? Nein. 60. Wir wissen nicht, ob wir die Vertrauen können. Das übliche Maß also, okay. Dann würde ich mal sagen, ich mache kurz einen Schnitt und versuche in der nächsten Folge ein bisschen den Ruf in Nemora zu steigern. Das wird lustig. Bis gleich. Bis gleich.